Der Klub ist vor. Ich muss heuer empfangen, dass wir uns gefallet sind. Aber das macht nicht, hier oben machen wir das auch nicht. Liebe Griechelige Gemeinde, es freut mich sehr, dass ihr heuer wieder diese Gemeinde besucht habt. Und auch, ich war ohne Fazitisch gescheut, dass ihr wieder mitzukommen. Es war nicht schwer, aber ich sollte euch alle schöne Grüße ausrichten. Wie ihr wisst, vor vielen, vielen hundert Jahren lebte ich Bischof Nikolaus hier auf dieser Erde. Ich lebte in der Stadt Führer in der heutigen Türkei. Und die Menschen damals waren sehr auf. Und vor allem die Kinder. Und ich war krach zu helfen. Die Halb und die Halb. Auch heuer komme ich wieder hier auf dieser Erde nieder, um die Kinder zu loben, zu beschenken und benötigen auch Soldaten. Auch heuer habe ich ein paar Geschenke mitgebracht. Und natürlich darf ich einen Mann in dieser Gemeinde nicht vergessen. Unser Bürgermeister, Dilluseppi. Herzlich Willkommen. Und auch unsere Bürgermeister, Uschi, Robert und Kaniak, Grundbeet. Gottes Segen, leuchtet über euch. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.